Hallo Freunde und willkommen zur zweiten Etappe am Johannesweg. Heute gehen wir von hier von Bierbach nach St. Leonhard. Und heute sehen wir auch das Wahrzeichen des Johanneswegs und das ist der Johannesbrunnen. Aber ich würde sagen, wir starten gleich durch. Das Wetter ist wieder optimal. Also dann kommt's mit. Gehen wir. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ja, hallo Freunde. Ich hoffe, euch hat die heutige Tour gefallen. Ich fand sie großartig. Und ja, morgen folgt ja schon der letzte Teil, der dritte Tag. Und dann ist der Johannesweg auch schon wieder geschafft. Aber was uns morgen erwarten wird, das seht ihr beim nächsten Video. Bis dahin, Servus und bis da.